Ja, hallo YouTuber, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Build Fallout 4, Sim Settlement Mods. Ähm, im letzten Part waren wir hier zu Gange. Äh, ein bisschen, ja, das ist eine Kakerlakenzucht irgendwie. Macht ja nix. Hier haben sie zum Kochen. Wir werden jetzt noch weiter bauen. Eine Etage höher werden wir noch was bauen. Aber das muss mal fertig werden. Ich glaube, die Stammen wegen Boden funktionieren sonst nicht. Also wir haben hier eine Kochstation. Vielleicht ist das zu nah dran. Das sieht mir fast bald danach aus. Sonst müssen wir das ein bisschen rüberziehen. Nun gut, er wird schon bauen. Ähm, machen wir einen Deckel drauf. Ähm, Deckel. Machen wir einen Boden drauf. So. Und unten. Und unten. Und unten. So. So. Noch ein? Okay. Hier auch noch. Ja, nicht so, aber okay. Huch. Da miet ich hin fest. So. Ja. Das Gerede im Hintergrund, das gehört zum Settlement. Weil es ansonsten zu schweigsam ist hier wahrscheinlich. Na komm. So. Du auch noch einmal drehen. Danke. Gut. Machen wir hier wieder Wände hin. Machen wir die. Ich finde die nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir mal die machen. Jede Etage hat seine eigenen Wände. Gut. Hier machen wir dann auch noch mal. Quatsch mit Soße. Wir müssen hier hin. Ja, wundert euch nicht. Das ist halt auch von einem Add-on. Aber mir fehlt Kupfer. Das sind verschiedene Cityplaner-Desk, die nochmal ein anderes Design alles haben. Von anderen. Ähm. Aber leider fehlt uns Kupfer. Ich bin überlegen. Nein, das machen wir später. Wir machen so ein richtiges... Sollen wir ein Industrieplot machen? Ich bin dafür, dass wir hier hinten ein Industrieplot machen. Oh, ist das jetzt nicht zu nah an der Wand? Ja, die Wand ist halt so. Aber okay, wir gucken mal, was dabei rumkommt. Dann machen wir noch ein Kommerziellplot. Na. Und einen hiervon. Die sollen ja auch sich... Sollen nicht nur arbeiten, die sollen ja auch leben. Ja, wie ihr seht, der baut unten noch. Okay. Dann bauen wir wieder Wände. Wir können mal gucken. Ob wir hier rüberkommen. Ich weiß nicht. Sollen wir da oben überhaupt was bauen? Ich muss mir nur mal so eine Konstruktion überlegen, wie wir dann da hochkommen. Eine Konstruktion. Mit Leitern. Nein. Oh, ich hab Angst. Ich fall runter und sterbe. Ich bin so blöd. Nee, in die andere Richtung. Nein, in die andere Richtung. Ja. Warum schwebst du jetzt? Ja, bleib so kurz. Nein, 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 nein. Das klappt nicht. Bin zu blöd dafür. Das war ja jetzt auch nur eine Idee. Aber da oben würde sie nicht drangehen, oder? Bitte. Ich sterbe sonst. Drum dutscht sie nirgends voran. Nein, nur in die Richtung. Ja, das war mal eine Idee. Dass wir vielleicht irgendwie da rüberkommen. Ja, dutsch mal an. Geht doch. Haben wir ganz viel Gummi. Und dann einfach hier so eine Treppe. Runter. Oder so eine. Na. Dann wären wir hier oben. Was könnten wir denn hier oben machen? Den Bus verschrotten. Da können wir uns ja nochmal was zu einfallen lassen, was wir hier und dann mal machen. Wir haben auf jeden Fall viel Gummi. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Aufräumen. Überlegen. Was wir hier oben... Könnten wir ja auch... Industrie hinbauen. Industrie... Industrie... Boah, vielleicht dann besser ganz nach oben. Oder? Die haben irgendwie... Hier sind die hoch. Aber bei uns ist es ja so... Es tut sich nix an. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Na. Ist ja... Nein. Na. Na. Leider. Okay, aber das vielleicht noch... Ne, das geht nicht. Mist. Okay, die Dinger da, die sind dann... Naja. Nein, das ist schon zu tief. Nein, 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 nein. Aber sind die nicht so blöd? Hier runter. Metall, 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 Metall. Moment. Wir haben doch hier Treppen. Oder? Kurz ein bisschen so. Gibt jetzt eine obendreine. Die Deutschen nicht aneinander? Was hat wann das denn? Dann nicht. Welche... Ich glaube... Moment, bei SOE war noch... Von wegen Yangtze und so. Ich muss mal kurz so runter machen. Ich sehe... Die haben doch aneinander... Ja. Jetzt können wir die zusammen... Nehmen... Dachte ich... Ja. Nein, nein. Wie schaut's aus? Hey. Das geht. Ja. Das geht. Gut, dann wissen wir ja... Was wir hier... Aber hier müssen wir noch was... ...hin machen. Ähm... Was ist das? Nein, das nicht. Wir haben doch so ein Metall... Metall, Metall... Aber wo? Ich hab's vergessen. Metallbühne. Wo dödst ich das denn an? Okay. Ich will ja das Loch eigentlich nur zumachen. Wenn es mich lässt. Wie blöd, oder? Ja, geh mal da hin. Das Loch ist gefährlich. Na, wo ist es jetzt? Aber... Ob die das schaffen? Okay. Brauchen wir hier noch eine Treppe. Kleine. So. Okay. Dann wären wir hier oben. Und haben hier ganz viel... Müll. Ah, ich weiß nicht, was ich wegkreise. Woosch. Okay, haben wir hier oben... ...Plätzchen für Industrie. Können wir verschiedene Fabriken hier aufbauen. Hier ist auch ein Sofa. Können hier auch nochmal einen Wachposten hinbauen. Ich reiß jetzt nicht alles weg. Warte, nur den Busch noch. So. So. Uh-huh. Okay. Oh, okay. Ich bräuchte... Ja, die habe ich eigentlich gesucht. Wo waren die anderen? Anderen? Hier. Irgendwo ein Punkt, wo ich die anlegen kann. Das einmal kurz andötschen. No Chats. Dann... Ähm... Zäune, 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 Zäune. Zäune gehen auch nicht. Irgendwas muss man doch da drauflegen können. Also bitte. Kleine. Ne. Gar nichts. Die stürzen mir doch alle hier ab. Guck mal, eine Treppe machen. Ich bin außerhalb. Das werden Stadtsmenüs. Also ist hier gerade knapp die Grenze. Okay. Na komm. Ah. B, C. Okay. Ich weiß Bescheid. Ähm... Hier ist so ziemlich die Grenze an dem Auto hier. Nee, ich würde sagen, wir lassen das stehen, oder? Kommen wir denn eventuell einen Wachpust noch hier hin machen? Ein kleiner. Oh, komm mal her. Es geht nur darum, dass keiner da herläuft. Nö. Nö. Äh... So einer. Okay. Gut. Dötet dann auch hier sein... Sofa zum Sitzen. Ähm... Industrieplotz. Industrieplotz. Okay. Wir passen aber nicht hier oben drauf. Nee, die gehen nicht. Die... Ja, die würden gehen. Ich muss mal eben drüber... Hüppeln. Okay. Wie habe ich den gelegt? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht da. Na gut, da macht sich schon einer bereit. Jetzt natürlich Stromversorgung. Da mache ich einfach nur eine Windmühle hin. Ja. Für die zwei, drei Sachen hier... Eine Windmühle. Ich habe nämlich... Kupfer. Kupfer fehlt mir. Davon habe ich zwei Stück. Leute, wir müssen einkaufen gehen. Ja. Einkaufen gehen. Hier kann man doch nicht durch. Nein. Ich werde mal nicht durch. Ich muss einkaufen gehen. Gut. Einkaufen, einkaufen, einkaufen. Oh, nicht gut. Was soll das denn sein, bitte? Nein, das geht ja gar nicht. Ich habe den Haufen mal weggenommen. Was passiert jetzt da oben, weil ich es weggenommen habe? Oh je. Ich brauche Kupfer. Ich habe keinen Kupfer. Kupfer ist Mangelware. Ich habe es bestimmt kaputt gemacht. Aber wir gehen gleich nochmal hoch und wir können ja Refresh machen. Hier habe ich ein bisschen... Okay. Haben wir den Laden für Kupfer? Nein, haben wir nicht. Wir haben hier... Oder vielleicht drin, was wir gebaut haben. Hat da einen Laden auf? MacReady? Beiseite. Hier sind Kakerlackers. Ja, hier passiert gar nichts. Das heißt, ich muss das... Yes, but Rebels is same. So. 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 So viele Kakerlaken hier. Wer heißt ihr denn alle? Chok. Chok. Teng-Ting. Chok. 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 Habt ihr alle den selben Namen? Sag mal. Ah, wahrscheinlich oben auch wieder das gleiche. Ne, das machen wir mal weg. Ne, hier oben ist noch nichts passiert. Ja, ist nichts passiert. Hier ist Scrap. Oh, super. Ähm. Super. Ich hab keinen Laden. Oh, jetzt baut er. Der hat keinen Strom. Der hat aber noch Strom. Ja, wir müssen auch Strom. Aber wie gesagt, ich brauch Kupfer. Mit wem kann man denn hier handeln? Die haben alle nur Mutterbären oder so. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Na. Aufseher Green. Klar. Green mein Name und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Ja, okay. Ah. Gut, er hat was. Äh. Ich brauch Kupfer. Das war natürlich nicht. Oje. Oje. Ne, du. Hast du nicht. Was machen wir denn jetzt? Achso. Soll ich das dann... Ich ändere das um. In einen anderen Laden. Damit wir Kupfer kaufen können. Äh. King Garth sein. Hier zieht sie. Wickelt Erfsam Raymond bei Captain Coots. Ja, es sind viele neue Sachen dazu gekommen. Mit diesen Mega Dingen. Aber ich suche jetzt King Garth. King Garth. Fresh. Sublime oder so hieß das doch. Food Caravan bei Altaï. Altaï. Okay. Äh. Ich will King Garth. Wine Shop. Prime Meats bei Alderf. Ja, viele Sachen gehen auch nicht. Hier das. Ja. Und da müssen wir uns auch um die Stromversorgung kümmern. Okay. Weil wir haben zu wenig Strom. Forum. Ich brauche Kupfer. Aber er ist ja am Bauen. Und jetzt können wir ja hier ein bisschen weiter bauen. So. Mein Gott. So viele Kakerlaken. Schön ist das ja auch nicht, ne? Und hier funktioniert irgendwas nicht. Oh, komm. Die heißen alle Cook und Hancock. Oder was? Tenkfing. Musik haben wir auch irgendwo hier. Unten wahrscheinlich. Oder oben. Irgendwo. Hier. Was auch nett. So eine kleine Runde. Gut. Machen wir weiter. Wände ziehen. Bis der da unten fertig ist. Ja, ist fast fertig. Dann bauen wir Wände. So lange. Hier machen wir... Komm, 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 komm. Hier ist so eine... Nein. Nein. Ja, war richtig. Nein. Nein. Können wir das bitte... Danke. Hier machen wir Säune hin. Dann muss das da aufbleiben. Hier müssen wir eine glatte hin machen. Als Eingang reicht das doch, oder? Hier rein zu gehen. Warte mal, brauchen wir dich. Wir machen. Eine Wand hier hin und da hin. Dann haben wir hier... Und eine flache Wand. Und dann diese kleinen Binde wieder. Hat der jetzt... Ja, er hat. Aber ich glaube, es ist zu spät zum Handeln, oder? Hallöchen. Ja, dann lass mal sehen, was du so hast. Gut, ich brauche Kupfer. Alles andere ist mir momentan wurscht. Keramik, Federklappnis, Kristall. Kristall ist immer gut, nehme ich. Klärwander auch. Oh, Kupfer. Kupfer. Oh, so viel. Willst du von mir? Warte mal, habe ich nicht etwas für dich? Jet oder so? Ach, hier hast du... Ach, Jet. So. Okay, wieso haben wir hier noch keine Wand gemacht? Sehe ich gerade. Machen wir... So eine. Oh, so. Gut. Ja, er kriegt es nicht... Ich weiß nicht, wieso. Warum das nicht geht. Vielleicht, weil die wirklich zu eng beieinander sind? Den habe ich ja weg, aber hier die halt. Ah, jetzt baut er. Okay. Gut. Kupfer. Ja, Strom. Gehen wir nochmal hoch. Da hinten rüber. Ja, das ist aber auch blöd. Hier müssen wir dann auch was hinbauen. Das ist sowas. Das kommt schon. So. Moment. Dann so ein... so ein... kleines Brett hier. Oder? Und noch eine Treppe. So, dann kommen wir auch hier rüber. Hier könnten wir auch noch ein paar Sachen hinbauen. Aber ich weiß noch nicht was. Erstmal oben. Oben bauen wir... Erstmal Strom hin. Und zwar... reicht so eine... Ach, ich bin schon wieder aus dem Baum-Modus raus. Mal zu nah an... an der Grenze. So. Energie, Energie. Nein, die nicht. Eine Windmühle. Kann ich die oben hinstellen? Irgendwo... Ja, hier ist sie. Schon okay. Okay. Wie so nicht? Wie so? ich glaube ich muss die Nummer kurz anheben weil ich ja und nehmen Dreck weggenommen habe. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht diesen Dreck-Ding da machen. Dich drehen wir auch vielleicht so rum, wenn die Steine weg sind. So in die Richtung so. Okay, aber... Nee, der kommt ja dann gar nicht an seinen Wachposten. So ist besser. Kommt er dann noch dahin? Gut, da ist jetzt anderes Material zum Baum. Okay. Gut. Mal sehen, was da kommt. Ähm, ja. Was müssen wir noch machen? Ja, hier unten weiß ich noch nicht, wer hier was bauen soll. Mal überlegen. Erstmal, ich muss sagen, haben wir genug. Da haut gegen Cola-Dingen, was nicht funktioniert. Das hat auch noch keinen Strom. Also hier ist auch Strommangel langsam. Ähm... Ich habe hier einen. Und... Wir können ja noch einen bauen. Oder eine Windmühle. Irgendwohin. Mit dem weh ich jetzt nicht unbedingt, aber... Da versinkt sie. Hier so. Irgendwo. Hallo. Einmal blau. Ja, von mir aus... Dann brauchen wir so einen Nippelkern. So eins. Ja, nicht so eins, so eins. So, so, so eins. Genau da oben. Und dann da, nach da. Ja. Dann hat der auch oben Strom. Mal gucken. Ähm... Wie das dann verläuft. Mit dem Strom. Doch, mit du liegst im Weg. Aber er hat jetzt Strom. Ja. Also, das hat Strom. Fabrik. Das hat niemand, aber ist auch nicht wild. Es kommen ja wahrscheinlich nur welche. Er ist immer noch zu Gange. Da hat sich schon jemand hingesetzt. Gut. Ich würde sagen, ich beende den Part. Ähm... Natürlich fehlt noch Licht. Und Deko. Und sowas alles. Das werden wir dann auch noch in Angriff nehmen. So. Hier leuchtet's schon nicht. Aber hier leuchtet's. Hoch. Oh... Okay. Die leuchtet nicht. Ein... Ziehen. Ah! Malen. Ja, ist auch interessant. Okay. die Kakerlaken machen mich wild gut, im nächsten Part machen wir dann hier oben weiter wie gesagt Deko und so kommen noch hier ein paar Stühle hin unten auch, Lichter und dann wenn wir hier die letzte Etage drauf machen mit Apartment nochmal drei Apartments dann haben wir aber auch wirklich genug auch wenn der Balken da zeigt zu wenig Apartments aber es stimmt ja gar nicht die Roboter, die brauchen ja kein Bett ja Arbeit ist genug da also ich glaube sieben Roboter sind das also 13 Leute haben wir nur sozusagen ja es wird die letzte Etage sein weil es hier ja dann dort hoch geht ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist kann ich das überhaupt da noch eine Treppe anschließen na wo war sie denn da ja ja ginge okay man könnte also noch eine was wird dann glaube ich wirklich die letzte ja letzte Etage also zwei Etagen mit Apartments könnten wir noch machen weil ähm letzte Etage aus dem Grund wo soll ich sonst nochmal eine Treppe machen äh ohje nicht runterfallen ja oder ich müsste wieder wenn wir oben sind eine Treppe noch darüber hochbauen das können wir alles noch überlegen aber ich denke fürs erste ist es erstmal gut oder nein keine Treppe ich dachte hier noch ein Lämpchen rein machen so hier funktioniert es wieder nicht hier auch nicht ja den lagern kann ich die noch ein bisschen ja egal ein bisschen hier hell und da nicht gut ich denke das war es erstmal genau vielen Dank fürs Zusehen Daumen hoch Kommentar Tipps und Tricks wie immer würde ich mich sehr darüber freuen und ja wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bis dahin Adios weil es wie hab